Ja, hallo zusammen. Ich wollte Ihnen einfach mal kurz eine kleine Open-Source-Erfolgsgeschichte, eine von vielen, in fünf Minuten einfach mal darlegen. Und zwar geht es um Webmapping, und zwar das Styling von Vektordaten in Web-Apps. Das wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, meiner Meinung nach. Natürlich kann man irgendwie Punkte rot machen, Linie Blau, ein bisschen dicker, aber sobald es in richtige kartografische Styles geht, ja, kriegen viele Webentwickler dann den Caller irgendwie, weil es dann irgendwie zu komplex wird. Jetzt werden Sie wahrscheinlich, naja, es gibt doch OTC-SLD, einen Style Layer Descriptor, ist doch alles cool, OTC-Standard. Warum ist das trotzdem noch ein Problem? Kurz vorweg, OTC-Standards sind super und total wichtig, aber beim SLD bin ich mir da nicht so sicher, ob das für Webmapping-Anwendungen das Richtige ist. Das ist XML-basiert, das ist aufgebläht, man braucht einen extra Paser. Und das Schlimmste, warum, oder meiner Meinung nach, SLD sich nicht so durchgesetzt hat wie andere OTC-Standards, ist, dass es keinen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor gibt. Also keinen zuverlässigen zumindest. Ich schätze, QGIS ist da noch am nächsten dran, um SLDs zu erzeugen. Dann kam die Firma Mapbox ins Spiel, eine Firma aus Amerika, die sehr aktiv im Open-Source-Umfeld ist und hat gesagt, ja, schön, dass es den OTC-Standard geht, wir gehen jetzt mal den Macherweg. Wir denken uns da eine JSON-Spezifikation aus, wie man kartografische Styles sauber in JSON abbilden kann. JSON kann in Web-Applikationen direkt gelesen werden, ohne zu parsen und hat die ganze Spezifikation Open-Source gestellt. So offen, dass quasi jeder diese implementieren konnte. Das war quasi der Anfang der Story. Und zeitgleich hatte ich ein Projekt, wo es kartografisch auch ein bisschen mehr darauf ankam, als nur ein paar Punkte rot zu machen. Gleichzeitig haben wir eine Web-Anwendung dafür gebaut auf Basis von Open-Layers. Und dann war ich auf der Phosphor-G 2016 und habe quasi den Andreas Hotschewa, einer der Open-Layers-Entwickler, gefragt, du hör mal, das ist ja eigentlich ganz cool mit der Mapbox und wie kriege ich das jetzt in meine Open-Layers-Karte? Und dann meinte er, und das war die Antwort, die ich gehofft hatte zu hören, ja, da bin ich an was dran. Kommst du mal in zwei, drei Wochen, dann ist das eigentlich schon cool. Ja, gesagt, getan, war daheim, habe das mal ausgecheckt, super, kannst die Mapbox-Styles quasi durch so eine Engine laufen lassen und hast dann direkt deine Open-Layers-Styles und kannst deine Open-Layers-Karten super stylen. Haben drei, vier Features gefehlt, die ich gebraucht habe, naja, ist Open-Source, dann habe ich die gecodet, habe es ans Projekt zurückgespielt, die ganze Welt kann es benutzen. Einfach eine tolle, runde Geschichte. Das einzige Missing-Piece, was wir hatten, dass man quasi diese Mapbox-Styles bislang nur mit einem proprietären Client, den Mapbox-Studio, der ein Mapbox-Account vorausgesetzt hat, erzeugen konnte, auch nicht Open-Source ist und man auch seine Daten zum Stylen in die Mapbox-Cloud nenn ich es mal hochladen musste. Das wollen viele nicht, das können viele nicht und oft darf man es aus Datenschutzgründen auch nicht. Und dann kam dieser junge Mann ins Spiel, der Lukas Martinelli und hat quasi eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und hat gesagt, hier, ich will so ein Mapbox-Studio Open-Source-Pandor bauen, dafür brauche ich aber ein bisschen Geld, um das irgendwie quer zu finanzieren. Ich vermute, so gefühlt hat er nach zwei Stunden die Summe erreicht gehabt, die er gebraucht hat, weil super viele Leute einfach nur drauf gewartet haben. Und er hat dann großartige Arbeit geleistet, hat den Maputnik-Editor gemacht, der quasi das Open-Source-Pandor von Mapbox-Studio ist. Sie können das runterladen, können es starten, können ihre eigenen Vektordaten reinladen, können die Styles entsprechend anpassen und sehen quasi live aufgrund ihres Editing, wie es auf die Karte auswirkt. Hier einfach mal geklaut von der Maputnik-Webseite so ein Animated GIF. Und letztlich haben wir dadurch, durch die volle Power von Open-Source, jetzt so ein Stack, wo wir diese Style-Spezifikation, die unglaublich großartige Möglichkeiten mit sich bringt, rein mit Open-Source-Komponenten zu verwenden. Und für mich versöhne ich in meinem Stack, war das quasi dieser Maputnik dann der Anfangspunkt. Man kann seine Styles generieren, das muss auch nicht ich machen, das kann ein Kartograf machen. Ich jagge es einfach durch die OL-Mapbox-Style-Engine und kann es dann direkt ohne Verluste in meine Open-Layers-Karten bringen. Und im Prinzip, das alles dank Open-Source und das ist einfach großartig. Und dafür einfach mal Danke an alle, an die Community.